Burkina Fasos Präsident Blaise Compaoré will im Amt bleiben. Wie das Staatsoberhaupt des westafrikanischen Landes am Donnerstag in einer Fernsehansprache erklärte, werde er bis zur Wahl eines Nachfolgers Präsident bleiben. Wenige Stunden zuvor hatte das Militär die Bildung einer Übergangsregierung angekündigt. Welche Rolle Compaoré dabei spielen sollte, liest der Armeesprecher offen. Die Nationalversammlung ist aufgelöst, die Regierung ist aufgelöst. In Abstimmung mit allen wichtigen Kräften der Nation wird ein Übergangsorgan eingesetzt. Das soll innerhalb von zwölf Monaten die Bedingungen für eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung schaffen. Demonstranten hatten seit Tagen gegen eine Verfassungsänderung protestiert, mit der Compaoré 2015 nach 28 Jahren an der Macht erneut Präsident hätte werden können. In der Hauptstadt Oguadogo wurden mehrere Gebäude in Brand gesetzt.